Ich zähl die Geschichte vom besten MC, den die Welt ihr gesehen hat, zu dem die Menge aufschaute. Verdammt, er plättete sie mit seinen Worten, mit der Art, wie er flote, mit seiner Stimme, seinen Ideen in den Texten und sogar seiner Mode. Ich zähl die Geschichte, damit ihr wisst, wie es geht und merkt, wenn ihr selbst so eine Geschichte erlebt, wie die vom besten MC, der Millionen dazu brachte, zu seinen Noten zu tanzen und nach seinen Worten zu handeln. Er war ein einfacher Kerl aus der unteren Mittelschicht, ein junger Taugenix mit Ehrgeiz, von dem es hier so viele gibt. Sein Vater bestrengt wurde öfters laut und verpasst ihm Schläge. Später wollte der Sohn über seine Familie und all das hier reden, da wo drei jüngere Geschwister schon gestorben waren, bevor er selbst als viertes Kind überhaupt geboren war. Seine Vorfahren lebten in Hütten, näher mit seinen Eltern am Waldrand, doch er wollte in die Großstadt, wo man die Wände bemalen kann. Dachte, dass er es weiter schafft, als Grütze mit Leidenschaft, verließ seine Heimatstadt, nachdem sein Vater starb, als er 13 war. Weil das mit dem Malen nicht klappte, nahm er sich andere Ziele vor, schrieb seine Gedanken auf und sprach sie durch ein Mikrofon. Und es hat nicht lang gedauert, da fand er ein paar Gleichgesinnte. So entstand dann auch eine Bewegung aus der Gang, die ein sinds Klick gestartet, denn er und seine Crew kannten sich mit Waffen aus, fingen Stress mit anderen an und trugen es auf der Straße aus. So landete auch er im Knast und er hatte noch Glück dabei, denn obwohl er ausseiner war, ließ ihn der Richter bleiben. Schob ihn nicht ab, sondern verhängte Grab, mal Gefängnis strafen vor Gericht, meinten sie, sein Verhalten wär wirklich ehrenhaft. Und im Gefängnis las er der Bücher und hatte endlich auch Zeit, seine Skills zu verfeinern und seine Texte zu schreiben. Baute Kontakte auf, die nach der Entlassung noch eine Chance gaben, den Verehrten für das, was er mit denen zusammen noch vorhatte. Doch zu viele seiner Gegner meinten, er wär nur ein Tierfreund, ein Vegetarier, der den Hass nicht zu ernst meint. Ein bisschen ulkig, wannabe Gangster und ein bisschen komisch. Ein verkappter Schwuler, der bei seiner eigenen Frau kein Hoch kriegt. Doch die gerissensten Werbefach meiner Macht noch einmal Probe für ihn im großen Stil. Auf einmal war überall das Logo von ihm und seine Bewegung. Einfach und eingängig, so wie die Botschaft. Direkt an die Zielgruppe gerichtet und sie noch dazu stolz macht. Er wurde zum großen Bruder und zur Vaterfigur. Idolikone, gute Vorlage für Karikaturen. Doch in einem Rhetorik und der Richton dachte sich die Metaphern aus. Legte sich die Geschichten zurecht und machte sich paar Reime drauf. Es war wie ein Rausch. Er sprach für viele endlich das mal aus. Was sie sich seit Jahren schon heimlich dachten, endlich konntest mal anders laufen. Er machte klar, seine Seite wird die Seite. Der Sieger, der Täter. Der Rest sind Parasiten, Blutsauger, Abschaum, Faker und Panner. Der Rest sind die anderen, die Gambler, die Schläfer, Verräter. Die Homos, die Ökos, die Spassen, die Opfer. Und er sprach am Mikro davon, wie er die Feinde vernichtet. Und auch all jenen, die an seine Geschichte nicht glauben. Aber die meisten dachten ja sowieso, so wie er. Er versprach für Ordnung zu sorgen. Ohne Gewehr, doch mit Gewehr, wenn es sein musste. Seine Worte waren Waffen. So übertrug er über die Ohren Gedanken. Über Gedanken, die Taten, die Menschen hoben den Arm, treten durch. Strecken die Hand, wenn er auf der Bühne da oben stand. Er verstand, bis seine Fans sind an sich zu vereinen. Bis sie stolz drauf waren, auf der Seite der Täter zu sein. Als diese alles Mögliche über die Opfer zu sagen. Die Opfer zu jagen, die Opfer zu schlagen. Bis sie die Opfer verflasten. Und nicht wenige hielten ihn für ein echtes Genie. Du hast es erraten, er war der Beste im Sieg. Du hast es erraten, er war der Beste. 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 Du hast es erraten, erraten.